Deutsch lernen durch Hören Skiurlaub Nun ist es soweit. Endlich startet der Urlaub von Antonia. Sie hat sich seit Wochen auf diesen Tag gefreut. Heute fährt sie zusammen mit ihrem Freund Tobias in den Skiurlaub. Zuerst müssen noch alle Sachen eingepackt werden. Während Antonia die Winterjacken in den Koffer legt, trägt Tobias die Ski ins Auto. Dann geht es los. Dieses Jahr fahren die beiden nicht in ein Hotel. Stattdessen haben sie eine kleine Hütte in den Bergen gemietet. Von dort ist es nicht weit bis zur Skipiste. Nach wenigen Stunden Fahrt erreichen sie ihr Ziel. Die Hütte sieht sehr schön aus. Sie ist klein und steht direkt neben einem Wald. In der Ferne sieht man schon die Skipiste. Antonia und Tobias ziehen sofort ihre Wintersachen an und machen sich auf den Weg zur Piste. Der ganze Berg ist voll mit Schnee. Das sieht wirklich sehr schön aus. Tobias kann noch nicht so gut Ski fahren. Er fährt langsam den Berg herunter. Hui, das macht Spaß! ruft Antonia und fährt schnell an ihm vorbei. Die beiden halten an einer Skihütte an. Dort isst Tobias eine große Portion Nudeln. Hm, die sind lecker, sagt er. Antonia trinkt ein Glas Cola. Sie sitzen in der Sonne und genießen die frische Bergluft. Was für ein toller Tag, freut sich Antonia. Dann fahren sie wieder zurück zu ihrer Berghütte und ruhen sich aus. Das war ein gelungener erster Urlaubstag. Morgen wollen Antonia und Tobias in den Bergen wandern gehen. Sie können es kaum erwarten. finden Sie können es kaum erwarten. Danke für euch. Okay, rein! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Unsere Yeimatestenante!